Durch den recht starken Marktzurücksetzer in der vergangenen Woche rutschte unter anderem der Bitcoin unter ein sehr, sehr wichtiges Unterstützungsniveau. Im heutigen Video schauen wir uns an, auf welche Etappen es nun ankommt. Ebenfalls werfen wir auch einen Blick auf den Fall Ripple vs. SEC, denn hier gibt es interessante Bewegungen. Die gibt es auch bei Binance. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Video Krypto und auch Bitcoin aktuell. Hallo und herzlich willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und ich hoffe, ihr konntet das Wochenende genießen. Auch wenn der Start ins Wochenende ein wenig holprig war, zumindest auf den Märkten. Wir reden gar nicht lange um den heißen Brei. Lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar, da um mich in meiner Arbeit zu unterstützen. Freunde, wir springen direkt auf die erste Folie und so können wir festhalten, zumindest am Sonntagmittag sind die Kurse recht grün. Ist auch relativ logisch, nach unserem recht starken Zusammenbruch in der aktuellen Woche ist eine leichte Erholung definitiv mehr als nur angebracht. Dennoch müssen wir festhalten, dass die wöchentliche Kerze trotzdem noch tief rot ist und uns auch unter die 200er Week die Moving Average Linie befördert hat. Wie ihr wisst, handelt es sich hier aber um eine der wichtigsten Durchschnittslinien. Etwas weiter rausgesoomt zeigt uns dann auch, warum diese Linie so signifikant ist. Sie ist während der vergangenen Bärenmärkte eigentlich immer eine Unterstützung gewesen. Während des aktuellen Bärenmarktes sind wir zeitweise darunter gerutscht und hatten dann auch einige Probleme wieder über diese Linie zu krabbeln. Zum aktuellen Zeitpunkt sind wir wieder darunter gerutscht. Und wenn wir von heute auf morgen das Kursniveau von 27.300 US-Dollar nicht zurück erreichen sollten, heißt es, dass wir ein weiteres Mal unter diese Linie gerutscht sind. Das bedeutet jetzt nicht schlussendlich, dass wir jetzt wieder in den starken Bärenmarkt zurückgeraten und uns nicht mehr erholen können. Doch definitiv ist die 200er Weekly Moving Average Linie alleine schon aus psychologischen Gründen eine sehr, sehr wichtige Unterstützung oder eben ein wichtiger Widerstand. Sollte es auch in der kommenden Woche zu weiteren Problemen kommen, dann seht ihr hier die Niveaus, auf die der Bitcoin höchstwahrscheinlich zurückfallen könnte. Das Niveau von 23.200 US-Dollar bietet hier in unserem Onchain-Volumenprofil ein recht großes Volumen, das heißt dort wurde viel Bitcoin gehandelt. Es ist davon auszugehen, dass dies ein Bereich der Unterstützung ist. Darunter sehen wir dann die Bereiche von 21.000 US-Dollar, 19.200 US-Dollar sowie auch 16.600 US-Dollar. Wobei relativ unwahrscheinlich ist, dass wir auf diese tiefen Niveaus in der kommenden Woche zurückfallen. Zumindest lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt festhalten, dass der Markt etwas gesünder ist, als noch zu Beginn der vergangenen Woche. Wir sahen ja ultra viel Hebel am Markt und vor allem viel bullischen Hebel. Und wenn natürlich viele Leute auf steigende Kurse setzen, dann machen die Market Maker richtig gut Geld, wenn die Preise fallen und die Positionen liquidiert werden. Was wir eben auch in den letzten Tagen sahen. Aktuell ist die Funding Rate, das heißt die Tendenz der Trader eher negativ, was ein positives Zeichen für uns ist. Denn es bedeutet, dass der Markt nicht übertrieben auf steigende Kurse setzt und wir damit eben auch zum aktuellen Zeitpunkt das Liquidierungsrisiko nicht mehr so ganz stark im Markt haben. Natürlich kann es dennoch zu weiteren Rücksetzern kommen, vor allem wenn eben die Wahle aktiv werden, so wie auch in den vergangenen Tagen. So sind hier die Transaktionen, die Bitcoin versendet haben, die einen Wert von 1 Million US-Dollar oder mehr hatten in der letzten Woche richtig gut nach oben geschossen. Möglicherweise sind es die Wahle gewesen, die hier den Abverkauf ausgelöst haben, beziehungsweise die Liquidation oder auch Wahle, die eben Bitcoin in dieser Situation gut nachgekauft haben. Faktisch können wir auf jeden Fall festhalten, dass die Liquidität auch zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin sehr, sehr gering bleibt, sodass eine Kursmanipulation in die ein oder andere Richtung für mittelgroße Wahle definitiv realistisch ist. Was wir allerdings auf der anderen Seite sehen konnten, während der Bitcoin recht stark zusammengebrochen ist, ist, dass die Hashrate ein neues All-Time-High erreicht hat und hierbei sogar im 7-Tages-Durchschnitt, also über einen quasi breiteren, abgefederten Zeithorizont. Hier sehen wir im 7-Tages-Durchschnitt, wie die Hashrate nach oben geschossen ist und während der aktuell echt bärischen Phase ein neues All-Time-High verzeichnet hatte. Bärische Phase, hierbei kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt zu sprechen, den ich bereits am Freitag angesprochen habe. Ich rede hierbei über die Liquidierung von Binance bzw. von BNB-Token im Venus-Protokoll. Ich hatte bereits am Freitag darüber berichtet, dass hier in einem Protokoll gehackte BNB-Token liquidiert wurden, die genutzt wurden, um sich USDT zu leihen. Zu Beginn müssen wir erstmal darüber sprechen, was ist überhaupt passiert. Im Oktober 2022 wurde die Binance-Bridge ausgenutzt bzw. exploited. Hierbei hat ein Angreifertoken im Wert von fast 570 Millionen US-Dollar aus der Bridge entzogen. Also mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar, das ist wirklich heftig. Der BNB-Bridge-Exploiter, richtiger Zungenbrecher, hat allerdings nicht die Token verkauft, sondern knapp 900.000 Token auf den Tisch gelegt und sie im Venus-Protokoll hinterlegt, um einen Kredit zu ziehen bzw. 147,5 Millionen US-Dollar in Form von Stablecoins aus dem Protokoll zu entziehen. Also wie gesagt, er hat hier diese knapp 900.000 BNB-Token nicht spot verkauft, die damals einen Wert von knapp 250, 270 Millionen US-Dollar hatten. Er hat sie im Venus-Protokoll hinterlegt und dafür Stablecoins im Wert von knapp 150 Millionen US-Dollar erhalten. Hier behandelt es sich, wie eben schon gesagt, um eine Leihposition. Du hinterlegst eine Sicherheit, kriegst dafür in diesem Fall Stablecoins und musst dann logischerweise die gezahlten Stablecoins, die du dir ausgeliehen hast, wieder zurückzahlen, damit du zurück an deine Position kommst. Ob der Hacker jetzt wirklich zurück an diese 900.000 BNB-Token kommen möchte, das ist die große Frage. Denn auch 10 Monate nachdem er diese Position hier geöffnet hat, hat er sich nicht mehr gemeldet, die Position nicht verbessert bzw. hierbei keinen Cent zurückgezahlt. Dementsprechend kommt es natürlich früher oder später zu einer Liquidierung, wenn das Geld nicht zurückgezahlt wird. Vor allem, wenn der BNB-Token auf der anderen Seite während des aktuellen Bären-Marktes weiter abgestraft wird. Bereits vor zwei Monaten hatte ich über die möglichen Liquidierungsrisiken gesprochen, denn das Prinzip ist ja recht simpel. Er hat hier BNB-Token im Wert von 270 Millionen US-Dollar genommen, sie hinterlegt, 150 Millionen in Form von Stablecoins bekommen. Wenn allerdings der Preis des BNB-Tokens weiterfällt, dann fällt eben auch die Besicherung bzw. der Wert der Besicherung. Irgendwann erreicht er eben das Niveau, das quasi die herausgegebenen Stablecoins, also die 150 Millionen US-Dollar unterschreitet. Und bevor das passiert, wird diese Position eben automatisch liquidiert. Die BNB-Token werden automatisch verkauft, damit eben den Gläubigern, die quasi diese 150 Millionen US-Dollar in Form von Stablecoins bereitgestellt haben, auch wieder zurück an ihr Geld bekommen. Das ist ein logisches Prinzip, was wir eben im DeFi-Ökosystem sehen. Hierbei handelt es sich allerdings natürlich um riesige Positionen. Vor allem in einem so illiquiden Marktumfeld, wie wir es aktuell sehen, kann das selbstverständlich katastrophale Folgen für den BNB-Kurs haben. Wenn die Position hier von heute auf morgen geschlossen bzw. liquidiert wird und mal eben 900.000 Token auf den Markt fließen, also einen Wert von weit über 100 Millionen US-Dollar. Infolgedessen hat dann das Kernteam von BNB gemeinsam mit dem Venos Protocol hierbei einen Vorschlag gemacht, um eine einfache Liquidierung, wie sie normalerweise hätte stattfinden müssen, auszusetzen bzw. diese Liquidierung hier in Etappen durchzuführen. Das Ganze soll am Ende des Tages dafür sorgen, dass der Token nicht von einem auf den anderen Moment gedampft wird. In dieser Zusammenarbeit hat die BNB-Chain bzw. Binance rund 60 Millionen US-Dollar in Form von USDT-Token hierbei an ein Venos Protocol-Konto überwiesen, um eben diese mögliche Liquidierung aufzufangen. Als der BNB-Token dann in der vergangenen Woche tatsächlich die 220 US-Dollar-Marke unterschritt, welches hierbei die Liquidierungsmarke für diese Position war, trat im Prinzip die eigentliche Liquidation ein. Diese wurde allerdings eben durch das Venos Protocol aufgehoben, weil eben die Wallet hierbei auf der Blacklist war. Infolgedessen wurden dann in drei separaten Transaktionen rund 30 Millionen US-Dollar in Form dieser Schulden abgetragen und insgesamt knapp 150.000 dieser damals erheckten BNB-Token erworben. Damit haben quasi die Kreditgeber ihr Geld zurückgehalten, zumindest hier eben anteilig, und die Position wurde auf der anderen Seite reduziert. So sehen wir allerdings zum aktuellen Zeitpunkt, dass sich diese Landingposition immer noch auf knapp 124 Millionen US-Dollar beläuft. Dementsprechend auch weitere Gelder für die manuelle Liquidation in Zukunft bereitgestellt werden müssen. Wie eben gesagt, wurden für die aktuelle Liquidierung 30 Millionen US-DT-Token genutzt. Jetzt gibt es noch weitere 30 Millionen, die für eine Folge Liquidierung ebenfalls bereitgestellt werden können. Die nächste Liquidierung würde hierbei bei 211 US-Dollar pro BNB-Token eintreten. Zum aktuellen Zeitpunkt wurde dieses Niveau allerdings weiterhin verteidigt. Ich hatte mich bereits schon am Freitag so ein bisschen gewundert, dass hier im Falle des Exploiters nur ein Teil der Transaktion liquidiert wurde. Hier sehen wir den Grund, man möchte eben nach unten hin das abfedern. Man möchte nicht die gesamte Landingposition auf einen Schlag retten, denn natürlich geht es hier auch um zig Millionen US-Dollar, die von Binance bereitgestellt werden müssen, um eben die Liquidierung aufzufangen, um am Ende des Tages dafür zu sorgen, dass der BNB-Token nicht gedumpt wird. Genau das sorgt natürlich im Kryptomarkt jetzt für erhebliches Spekulierungspotenzial, denn warum lässt BNB, warum lässt Binance, warum lässt das Vanos Protocol diese Liquidierung nicht einfach durchlaufen? Na klar wäre es ein erheblicher Schlag für den Kurs des BNB-Tokens, allerdings handelt es sich ja hierbei eigentlich um ein DeFi-Protokoll, welches genau solche Smart Contracts nutzt, damit eben das Ganze auch vom Prinzip so vonstatten geht, wie eben in einem Smart Contract festgeschrieben ist. Unter anderem wird hier Binance vorgeworfen, dass sie eben versuchen durch diese Aktion den BNB-Token-Preis abzufedern und eben diese massiven Liquidationen zu verhindern. Binance-Chef CZ reagierte auf Twitter und sagt, dass er ein bisschen braucht, um diese Situation zu verstehen und fragte hier einen der skeptischen Twitter-User, ob er glaubt, dass Binance Probleme damit hat, für 30 oder 120 Millionen US-Dollar die BNB-Token einfach aus diesem Contract zurückzukaufen. So sagte CZ auch, vielleicht sollte man den letzten BNB-Burn überprüfen oder die SAFU-Versicherungsfondsgröße. Bei der SAFU-Fondsgröße, da kommen wir gleich noch einmal zu sprechen, handelt es sich eben um einen Sicherheitsfonds, der von Binance vor knapp einem Jahr eröffnet wurde, wo Gelder eingezahlt wurden, um eben gerade in solchen Fällen hier Liquidität bereitzustellen. Zu der Thematik, dass Binance selber BNB-Token verbrennt und damit ja suggestiert, dass sie liquide genug sind, möchte ich nur einmal kurz anmerken. Man muss sich an dieser Stelle eines bewusst sein, BNB bzw. Binance ist der Präger des BNB-Token. Sie müssen diese BNB-Token nicht vom Markt kaufen, sie müssen kein Kapital einsetzen, um diese BNB-Token zu erhalten, sie haben die schlussendlich einfach aus dem Nichts geschaffen. Wenn die jetzt verbrannt werden, beweist Binance damit im Prinzip nicht, dass sie sonderlich liquide sind, sondern sie beweisen lediglich, dass sie eben auf einen Teil dieser Token verzichten können. Ich möchte an dieser Stelle keine Fad über Binance verbreiten, hierbei handelt es sich wie gesagt nur um die Fakten und ich versuche das hier so objektiv, wie es nur geht, für euch zu präsentieren. Adam Cochin hatte an dieser Stelle zum Beispiel angemerkt, dass dieser Wiederherstellungsfonds damals aus knapp einer Milliarde US-Dollar in Form von Stelbecoins bestand. Zum aktuellen Zeitpunkt allerdings rund 300 Millionen US-Dollar in Form von BNB-Token drin sind, 100 Millionen in Form von Binance-Pack-DUSD, 100 Millionen in Form von TUSD und 400 Millionen in Form von BTC. Die 400 Millionen in Form von BTC, die lasse ich hier noch durchgehen, über die TUSD-Problematik haben wir uns vor einigen Wochen unterhalten. Auch der Binance-eigene Pact Stelbecoin sowie 300 Millionen US-Dollar in Form des BNB-Tokens sollte man hier als relativ betrachten, denn das sind eben Token, die Binance unter Umständen auch auf eigene Art und Weise schaffen könnte. Es bleiben also eigentlich nur die 400 Millionen US-Dollar in Form von BTC, die hier wirklich einen wirklichen Wert repräsentieren, den wir auch nachweislich auf der Blockchain nachvollziehen können. Was wir allerdings auf der Blockchain auch nachvollziehen können ist, woher diese 400 Millionen US-Dollar in Form von BTC kommen. Und hierbei sehen wir ein großes Problem, denn diese rund 400 Millionen US-Dollar in Form von Bitcoin kommen von einer der Hauptadressen von Binance. Wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist ganz einfach. Binance sagt auf der einen Seite, dass diese 400 Millionen US-Dollar von ihnen selber kommen. Auf der anderen Seite sagten sie allerdings in der Vergangenheit auch immer wieder, dass ihr eigenes Vermögen nicht mit dem Kundenvermögen vermischt ist. Diese 400 Millionen US-Dollar in Form von BTC kommen allerdings von einer Kundenadresse. Das heißt, entweder handelt es sich hierbei tatsächlich um Kundenvermögen oder Binance hatte damals desbezüglich gelogen, dass das Kundenvermögen nicht mit den eigenen Reserven vermischt ist. Neben dem SAFU-Fonds gab es übrigens damals auch noch einen IRI, Industry Recovery Fonds. Dieser war knapp 1,1 Milliarden US-Dollar schwer. Die Gelder wurden allerdings bereits schon vor 160 Tagen zurück an Binance überwiesen. Damit ist auch diese Wallet relativ leer gelutscht. Unterdessen betonte Adam Cochin hinsichtlich der aktuell doch recht komischen Preisbewegung des BNB-Tokens, es ist ziemlich klar, dass die SAFU-Fonds und der inzwischen nicht mehr existierende Industry Fonds zur Unterstützung der BNB-Preise genutzt wurde. Und angesichts des hektischen BTC-Ausverkaufs und der darin anschließenden BNB-Abverkäufe, schätze ich, dass die realen Guthaben des SAFU-Fonds sogar sinken. Er geht also davon aus, dass Binance eben zum aktuellen Zeitpunkt unter anderem versucht, diese Position abzufangen, aber gleichzeitig natürlich auch vorbeugend versucht, dass der BNB-Token gar nicht erst auf diese Preisniveaus zurückfällt. Die große Frage, warum machen sie das? Zum einen wollen sie natürlich nicht, dass der eigene Token hier massiv im Wert verliert. Das kann ich auch nachvollziehen. Zum anderen Zeitpunkt sorgt das natürlich in der Gerüchteküche groß dafür, dass Binance vielleicht doch den eigenen BNB-Token in anderen Situationen genutzt hat, um ihn als Sicherheit zu hinterlegen, sowie beispielsweise FTX, damals den eigenen FTT-Token. SPF, also Sankt Benjamin Freed, der damalige CEO von FTX, hatte Binance auch vorgeworfen, dass sie ihren BNB-Token genauso wie auch FTX ihren FTT-Token dazu eingesetzt haben, um sich quasi auf diesem Token neue Kredite zu nehmen. Das könnte auf jeden Fall ein Grund dafür sein, warum das Interesse von Binance so groß darin ist, dass der eigene Token nicht so stark an Wert verliert. Hier behandelt es sich allerdings faktisch komplett nur um Gerüchte. Nichts davon ist bewiesen. Allerdings war auch eben nichts bewiesen, bevor FTX zusammengebrochen ist, weshalb ich diese Information lieber einmal mit euch teile, damit sich jeder selber ein Bild davon machen kann. Von der Benutzeroberfläche, vom Use Case und auch von den Gebühren finde ich Binance nach wie vor eine der interessantesten oder auch besten Plattformen. Ich nutze die Plattform allerdings aufgrund der aktuellen Gegebenheiten schon länger nicht mehr, denn ich möchte einfach kein unnötiges Risiko eingehen. Und dafür gibt es auch echt viele alternative Plattformen. Welche Plattformen du am Ende des Tages für dich nutzt, bleibt natürlich ganz bei dir. Auch wenn man definitiv dazu sagen kann, egal welche Plattform du nutzt am Ende des Tages, ist die eigene Verwahrung deiner Kryptowährung die sicherste Variante, um vor Börsenpleiten geschützt zu sein. Am Freitag kam dann noch die Negativmeldung für Binance, dass auch Checkout.com, eines der größten Kreditkartenverarbeitungsunternehmen, sich von Binance loslösen wird. Sie waren in der Vergangenheit sehr, sehr enge Partner. Checkout.com hat hierbei bei der Abwicklung von Kreditkartentransaktionen in Milliardenhöhe in Bezug auf Binance Unterstützung geleistet. Teilweise war Binance sogar einer der größten Kunden von Checkout.com. Der CEO von Checkout.com sendete hierbei gleich zwei Briefe an Binance. In dem einen geht es unter anderem um Berichte von verschiedenen Aufsichtsbehörden und Anordnungen. Im zweiten Brief wurden unter anderem beispielsweise zusätzliche Bedenken über Binance-Anti-Geldwäsche, Sanktionen und Compliance-Kontrollen angesprochen, welche jetzt eben zur Kündigung beigetragen haben, die am 17. August final eingetreten ist. Trotz der aktuell geringen Liquidität hatte Checkout allein in den letzten Monaten immer noch Transaktionen im Wert von 3 bis 400 Millionen US-Dollar für Binance abgewickelt. Zudem hatte erst im Juni des aktuellen Jahres der Zahlungsdienstleister Paysafe seine Partnerschaft mit Binance gekündigt. Kommen wir an dieser Stelle noch einmal ganz kurz zur Thematik Ripple vs. SEC. Ich weiß, es nervt uns alle, aber die aktuellen Gegebenheiten haben eben möglicherweise einen Effekt auf den gesamten Kryptomarkt, weshalb ich euch darüber auf dem Laufenden halt. Erst am Freitag hat die SEC nämlich einen Antrag zur einzweiigen Berufung im Falle des Ripple Labs falls hervorgebracht. Dieser Antrag kam direkt einen Tag, nachdem das Gericht betont hatte, dass eben ein solcher Antrag überhaupt eingereicht werden könnte. Ich hatte darüber berichtet. Nun hat Ripple Labs bis zum 1. September Zeit, seine eigene Meinung bzw. Position und Antwort in Bezug auf diesen Antrag mit einzureichen. Bereits Anfang des Monats hatte die SEC betont, dass sie planen, in die Berufung zu gehen und das sind eben jetzt die ersten Schritte. In der beigefügten Akte der SEC betonen die Anwälte unter anderem, dass die Art und Weise, wie das Gericht den Ripple-Fall behandelt, erhebliche Auswirkungen auf andere anhängige Rechtsstreitigkeiten wie die zwischen der Regulierungsbehörde und den führenden Kryptohandelsplattformen Binance und Coinbase haben könnte. Die Aufsichtsbehörde betonte zudem, dass eine sofortige Berufung gerechtfertigt sei, da es sich dabei um entscheidende Rechtsfragen handelt, bei denen es erhebliche Gründe für Meinungsverschiedenheiten gibt und die Erlangung einer Berufungsentscheidung zu diesen Fragen jetzt die endgültige Beendigung dieses Rechtsstreit erheblich vorantreiben könnte. Also die SEC schiebt hierbei die Meinung vor, dass das nun ausgesprochene Gerichtsurteil Auswirkungen auf ihre anderen Fälle haben könnte. Erst Anfang der Woche, also bevor die SEC den Antrag eingereicht hatte, betonte Ripple Labs allerdings schon, dass es hier keinen außergewöhnlichen Umstand gäbe, der eine Abweichung von der Regel gerechtfertigen würde, wonach alle Fragen der Parteien vor der Berufung geklärt werden müssten. Ripple Labs scheint also selber keinen Bock auf diese Berufung zu haben. Der große Streitpunkt in dieser Berufung ist jetzt vor allem der vorgeschobene Grund. Von vielen Seiten des Gruptomarktes heißt es nämlich, dass die SEC hierbei nicht einverstanden mit dem Gerichtsurteil sei und eben das Gerichtsurteil an sich anfechten möchte, beziehungsweise, dass es hier vor allem um die Token-Verkäufe geht, die nach dem aktuellen Gerichtsurteil im Retailmarkt, also unter uns, nicht unter die Wertpapiergesetze fallen. Dabei erlangt die SEC damals eben nur einen Teilsieg, denn die Verkäufe der Köpfe von Ripple, also von Brad Garlinghouse, etc., die hierbei die XRP-Token, OTC, an andere Institutionelle verkauft haben, hier behandelt es sich um Wertpapierverkäufe, die Verkäufe im Markt allerdings nicht. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht noch einmal genau erläutern. Ebenfalls betont die SEC allerdings auch im Antrag, die SEC beantragt keine Berufungsprüfung bei der Beteiligung im Zusammenhang mit der Tatsache, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte nichts anderes als Computer-Code ohne in helleren Wert sind. Hierbei betonen momentan sehr, sehr viele Pro-Krypto-Nachrichtenhäuser und auch Influencer, dass das ein ganz klarer Hinweis dafür ist, dass die SEC nun verstanden und eingestanden hat, dass es sich bei den Verkäufen untereinander eben nicht um Wertpapierverkäufe handelt. Dementsprechend scheint das auf jeden Fall ein großer Schritt für den Kryptomarkt zu sein. Nun bleibt die Frage, was hat Ripple gegen diese Berufung, wenn es gar nicht mehr um die Wertpapierfrage an sich geht? Unter anderem könnte eine Begründung hierbei darin liegen, dass wenn die Berufung abgelehnt wird, dieser Fall schneller ad acta gelegt werden könnte. Wenn diese Berufung jetzt genehmigt werden würde, dann würde es den aktuellen Fall natürlich weiter an die Länge ziehen, was nicht nur Kosten, sondern natürlich auch Nerven verursachen würde. Ebenfalls hätte die SEC weiterhin Zeit gewonnen und genau das wird unter anderem eben von seitens Ripple scharf kritisiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze hier noch weitergehen wird. Am Ende des Tages werden wir eben die Antwort in den nächsten Wochen erhalten und dann wissen wir auch mit Gewissheit, was die Hintergründe der SEC waren und was die Hintergründe von Ripple waren. An sich sehen wir ansonsten, dass es nächstes Jahr das Gerichtsverfahren gibt bezüglich der Ripple CEOs, die damals eben die Token veräußert haben. Wie gesagt, aktuell gibt es wohl keine Anfechtung, ob der XRP-Token ein Wertpapier sei oder nicht. Laut den aktuellen Gegebenheiten ist er das nicht und die SEC scheint dies auch in der jüngsten Berufungsanfrage nicht noch einmal zu hinterfragen. An dieser Stelle möchte ich das heutige Video allerdings auch schon beenden. Ich bedanke mich für den Support und die Unterstützung, Freunde. Wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder. Kommt gut in die Woche. Bis morgen dann. Ciao, Freunde.